Ja, und da bin ich auch wieder und gerade wo ich ins Spiel reinkam, meinte er... Um euch zu besuchen lohnt sich immer. Ja, mich voll zu spammt. Daher meinte er, meine Baumöglichkeiten wurden erweitert. Wollen wir doch gleich mal gucken. Uh, neue schöne Sachen. Schloss Eckhaus. Ja. Erhört die Zufriedenheit der Aristokraten. Ja, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was die alles wollen. Warte, was ist das? Sea Element. Nur wenn es ein Sea Element ist, nur am Arsch. Was ist das? Erhört die Zufriedenheit der Leuchtturm. Hm. Sollte ich vielleicht auch irgendwo ans Meer bauen? Ihr habt einen wirklich prächtigen Leuchtturm errichtet. Oh, ja. Das ist ein Leuchtturm, ne? Ah, mein... Schloss Eckhaus, äh, Schloss Kreuzung. Hä? Schloss Kreuzung? Hä? Was will der? Ich kreuze ja auch gleich mal wat. Ein wahren Vorrat geht zur Neige. Oh mein Gott, Parfüm. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, scheiße. Scheiße, die Scheiß. Ähm. Wo ist denn? Hey. Ganz ruhig, Parfüm, ja? Ganz schnell. Da hast du und da hast du. Also da habe ich echt viel von. Ne, ich muss hier... Beeilung, die Vorstellung fängt dein Hand. Ja, heult doch. Ich kann ja euch nicht ändern. Will der jetzt erst... Will der jetzt erst abholen? Ja, speicher, du blödes Scheißgame. Der Wind steht günstig. Wie sieht's denn hier wieder aus? 28. Das reicht doch niemals. Ich muss hier noch mehr bauen. Aber wo, wie, was? Hä? Ich hab keinen Platz. Oh. So, ähm. Ich muss jetzt alles nutzen, was geht. Das werde ich auch. Nur um diese Kacke hierher zu stellen. Ne, dann krieg ich keinen mehr hin. Ja, dann produziert der halt nur irgendwie, keine Ahnung, 60%. Scheiß drauf. Lieber 60% als 0%. Nein, da ist ein Weg zu viel. Und hier noch. Los. Anbindung. Hm, 60, ja, 60%, 90. Immerhin. 75, okay. Macht nix. Äh, ja. Ich hoffe, der produziert jetzt. Abholen. 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 Schrecklich, diese Arbeiter heute. Ein Erdbeben lässt eine Insel erzittern. Haha, die grüne. Oder blaue, oder? Ja, ich bin farbenländer blau. Oh, das sieht's scheiße. Das sieht's ordentlich scheiße. Aber ich hab hier wieder ein paar Filme, hab ich gemeldet bekommen. Zwölf. Hm. Egal. Zufriedenheit meiner... Wie im grünen Bereich. Ha, ich bekomm mehr Leutchen. Oh, meine Bilanz ist auf 5000, oh mein Gott. Ich bin so froh, dass ihr mit mir Geschäfte macht. Im grünen Bereich, oh mein Gott. Ratten machen sich an ihren Vorräten zu schaffen. Nicht schon wieder Ratten, ja? Und da ist es egal, so. Mann. Aller Musik, du geh mir nicht auf den Pilz, ja? So. Ratten. Hm, kann man mal haben. Hm, irgendwo passt das Schloss hin. Da könnte ich eigentlich gleich noch Häuser hinbauen. Hier auch. Kommt da hinterhin. Ja. Die scheinen sehr, sehr angetan zu sein. Wie sich die Stadt entwickelt. Oh, auf 6000 könnte ich es hochschieben. So. Dann setzen wir noch ein paar Häuser. Pioniere. Straßen waren hier. Ähm, Häuser, 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 Häuser. Hier. Kommen die alles? Ja. Ich hoffe, die entwickeln sich gleich. Muss ich mal gucken. Aber... Ich bau einfach mal weiter Häuser rum. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Noch mehr? Ach du Scheiße. Ähm, was steht denn wieder zu... Schloss? Schloss, Halle. Schloss, Halle. Punktgebäude erhöht die Sufinei der Aristokraten. Oh, 1000. Ne, da werde ich noch ein Haus hinbekommen. So. Dann... Ist doch eigentlich egal, wo es steht. Schlosstor. Vergesst den Auftrag. Das dauert mir zu lange. Was wolltest du denn, du Hammel? Hm. Hm. Da hängt es, wo passt mein schönes Schloss-Tor hin. Habe ich aber teilweise ein bisschen doof hier gemacht. Ha. Pass da hin. Ha. Könnte ich doch auch eine so prachtvolle Stadt mein eigen nennen. Ja. Ne. Staunste. Oh, die gehen schon wieder runter. Nein. 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 Parfum. Ich habe nichts. Parfum. Oh, ich habe keinen Parfum. Wäre das mit Ü oder U? Ne, das ist Schmuck. Parfum mit Ü. Okay, habe ich es im vorletzten Titel richtig gemacht. Ah, ich habe wieder Parfum bekommen. Ich habe davon recht viel. Warte, wie viel? Ambra. Kann ich das verkaufen? Kriege ich mal bestimmt ordentlich Geld für. Ähm. Ah, ich verkaufe schon zu viel. Verkauf Holz. Ähm. Und Marmor. Ja, ich kaufe hier immer noch ein und Alkohol kaufe ich auch ein. Okay, das stimmt schon so. Na, wie sieht es hier aus mit Meister Hammel? Mit... Ah, Siedlerhaus schon. Wie steht es um eine bescheidene Bezeugung eurer Treue? Ihr seid ein treuer Diener. Ach so, das wollt ihr letztens. Ich wundere euer Pflichtgefühl. Ach, die wollt mir Geld wegnehmen. Eines Tages werdet ihr die Lorbeeren dafür ernten. Ja. Ich sehe, auch ihr leistet euren Beitrag. Ja, will ich mal hoffen hier, ne? So. 13 von 13. Wickel dich weiter, du Homo. Na los. Eine Ware wird knapp. Was wird knapp? Oh, nicht schon wieder Parfüm. Nicht schon wieder Parfüm. Das Thema hatten wir doch schon so oft. Ey, ich brauch Parfüm. Ein Mitspieler führt Krieg mit einem fremden Volk. Wer mit wem? Wer mit wem? Die Überfahrt hat sich ausgezahlt. Wer hat solche Nahrung verkauft? Ach so, das ist da hinten bestimmt. Naja, dann soll sie doch Krieg führen. Ich bleibe friedlich. Jetzt noch. Ach ja. Okay, die haben auch alles. Eine Ware wird knapp. Wie? Wo? Zintorn Alkohol. Was hat Zintorn verfügen? Habe ich zu wenig Alkohol? Oh. Äh, heh. Äh, heh. Äh, heh. Reicht das hier nicht? Ehrlich jetzt mal. Das muss doch reichen. Äh. Okay, pflanzen wir noch mehr an. Wenn das halt nicht reicht. Okay. So, die kriegen sogar extra nur für die hier. Und die kriegen noch ein zweites Kontor. Das reicht. Ach, das kann ich auch abgewählen. Das macht den Bock nun auch nicht fett. Gießen. Gießen. So. Wie sieht's hier aus? Hm. Parfüm, Alter. Ich brauch dringend Parfüm. Wo krieg ich das her? Ich hab auch so ne blöde Insel hier. Oh. Ne, ich will den grünen. Oh ja, die kann das hier ordentlich anbauen. Weil die auch schön viel Platz hat. Ich find, die hat aber irgendwas doof gebaut. So viel Platzverschwendung. Na ja. Hier auch da so. Ich find das immer ein bisschen komisch. Egal. Na ja, aber ich hab hier so blöde Scheißlöcken drin. Ja. Du sollst doch nicht auf der Statue herumklettern. Spezialaktion. Ach, damit kann ich die wegmachen. Ah. Gleich kratzgewaltig. Ja. Na los. Ach so, der rennt da weg. Ha, da gehen welche. Leine Sprengung war mir ein nächstes Vergnügen. Ha. Hey. Der hat meine Straße putt gemacht. Der hat meine... Ah ne, der war... ...war gar keine Straße. Ha. Dann könnte ich da ja eigentlich ein Haus hinsetzen. So. Wo hab ich noch nervige Scheißfelsen, die mir übelst auf den Piss gehen? Hatte ich nicht noch welche in der Stadt? Ha. Oh, der braucht was. Dieser Felsen, der nervt nämlich auch. Ha. Wie sieht's mit Alkohol aus? Oh, so wenig. Oh, nee. Habe ich da noch aus hier? Alter, muss ich direkt noch mehr Alkohol anpflanzen? Ja. Die Telekom ruft bei mir an. Seit Tagen. Aber da geh ich jetzt nicht ran und scheiß die zusammen. Äh, das werd ich machen, wenn ich mal nicht aufnehme. Die... Telekom. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Mann, halt die Fresse. Ich bin das Generv von der Telekom. So, aber ich sollte... Warte, ich stell mal meinen... Ja, entgangene Anrufe, halt die Fresse-Handy. Ich stell's mal eben auf laut los. Wenn die Stopp... Oh, jetzt zurückgegangen ist. Ach, nee, gut. Ähm, so. Was brauchten wir? Alkohol. 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 Wo war denn Alkohol hier? Hopfen. Machen wir das ruhig da. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das ist dämlich. Ähm. Was mach ich denn hier für ne Kacke? Sagt mir das mal jemand. So. So. Sagt euch nicht um alle Schwäche. Ich stehe euch wohlwollend gegenüber. Was willst du, Hammel, eigentlich von mir? Bist du schwul? Ehrlich, mach mich doch nicht jeden Tag an. So. Dann. Wo sind die Alkohol-Teile da? Mach ich die mal auf die Seite. Wie viele Hopfen hab ich eigentlich? Oh, gut. Äh, wie sieht's? Oh, eine auf... Okay, das geht hoch. Was heißt das? Parfüm geht auch hoch. Äh. Wollte ich meine Parfüm-Dings-Bumse? Wo hatte ich die denn? Irgendwo hatte ich die? Irgendwo. Ich weiß das. Nicht sagen. Nicht sagen. Ich find's heraus. Nicht sagen. Ich werde dieses Anliegen vertreten. Nee. Ähm. Nicht sagen. Nicht sagen. Wenn ich's in die Kommentare schreib, dann bin ich böse. Warum ist da noch ein... Achso. Nee. Lol, da hab ich Weg aus... Hab ich einen Weg ausgelassen. Der muss nachgebessert werden. Der muss nachgebessert werden. Die Karre ist so langweil... Äh, langsam. Ich wollte langweilig sagen. Äh, langweilig ist sie natürlich auch. Äh, wo... Wo hab ich das denn jetzt? Irgendwo muss ich den Kack doch... Ich glaub hier unten. Nee. Hä? Hä? Hallo? Hä? Ich suche. Da. Nee. Da. 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 Hier. Die brauchen wir aber zu lange. Muss ich mehr von da stellen. Mehr von. Mehr von. Noch zwei. So, und was gibt's jetzt hier unten? Was gibt's jetzt hier unten? Äh... Ach, so Zielelemente kann ich hier mal hinstellen. Ich komme bald wieder bei euch zum Handeln vorbei. Hm. Es herrscht wieder Friede zwischen dem fremden Volk und ihren Mitspielern. Cool. Das ist aber nett. Ich will's irgendwann an die Straße stellen. Wie sie's anhört. Ich will's an die Straße stellen. So eine behagliche Umgebung würde mir auch gefallen. Ja. Ein wahren Vorrat geht zur Neige. Schon wieder? Ehrlich, Mann. Zwei. Hm. Alkohol geht auch runter. Oh mein Gott. Aber die haben davon genug. Äh... Ja. Davon geht's hoch. Denn... Ist nur noch die... Ich will hier noch welche ausstellen. Ein paar Filme verkauft. Äh... Ich wollte lesen, du Homo. Alter. Ach, noch höher. Wie weit kann ich setzen auf... Wie weit kann ich auf... Fast 7.000. So, ich weiß... Jetzt aber nicht genau. Ach, die müssen hier noch... Der hat sich schon... Wir haben aber auch alles. Ähm... Kann ich hier gleich noch Häuser rumbauen? Ja, mach ich jetzt mal. Ich baue jetzt noch Häuser. Das liegt... Es gibt da etwas, das ihr für mich erledigen könntet. Okay, machen wir. Bei mir findet ihr, was das Herz begehrt. Sollen das Schiff versenken. Okay, machen wir es mal. Wie ist... Dann da so witzig und der Pirat kommt. Äh, wo haben wir denn unser Schiff? Oh ne, es hatte hier das Treibgut auf... Oh ne, warum hab ich den Händler aufträgt denn nicht gemacht? So. Der greift jetzt gleich an. Euch zu besuchen lohnt sich immer. Ach ja, Pelze. Ach, haben wir genug. Okay. So, wir wollen jetzt aber erstmal... Noch die letzten paar Sekunden Häuschen bauen. Wie ich den angreife, seht ihr im nächsten Part. So. Kann ich hinten noch eins hinquetschen? Nö. Ähm... Hier könnte ich, aber... Ist von den Wegen her scheiße. Ah, ne. Sie kommt weg. Hm. Hier passt auch gar nichts mehr hin. Okay, dann ist der Part jetzt endgültig vorbei. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Und im nächsten Part seht ihr, wie ich das Schiff versenke. Bitte kommentiert, bewertet. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao. Ciao.